Ich überlege gerade, der Schnellreisepunkt war doch direkt in der Nähe von dem Portal. Das ist aber der da oben, Dornengrund. Oder brauchen wir, Moment, brauchen wir den vielleicht für was anderes, vielleicht für den Titanensteinkopf, der den Weg blockiert und nicht für das doofe Tier, was hier nicht mehr sprechen konnte. Ich meine es aber zu gut mit der Welt. Komm her, du musst mal ein bisschen Mist von mir abkaufen. Greif mal 70.000 Goldmünzen schlepp ich rum. Stell dir mal vor, die hat ein Gewicht. Ich hoffe, dass mein zweiter Gedanke der richtige ist. Da ich mithilfe des Tranks diesen Titanenkopf zum Sprechen bringe, den ich vorher nicht anwählen konnte. Obwohl, das ist auch Unsinn. Da habe ich auch wahrscheinlich den falschen Gedanken gerade. Ops, hier rumbleiben. Musst du irgendwie da rankommen. Würde nicht sein, dass ich einfach die Pyramide worüber schmeiße. Was ist das? Tja, mit Wahrnehmung 16 einmal vorbeigelaufen. Tja, mit Wahrnehmung 16 einmal vorbeigelaufen. Also muss ich doch das Tier, also dem Tier helfen. Tja, mit Wahrnehmung 16 einmal vorbeigelaufen. Tja, mit Wahrnehmung 16 einmal vorbeigelaufen. Oh, wo ist der Spinner hin? Was? Soll das der Kickstarter-Baum sein? Ah, ist ja nix. Ach, Enkrod spoilert das halbe Spiel wieder. Nicht so schlimm. Ich bin inzwischen abgehärtet. Ich bin inzwischen abgehärtet. Tja, hier unten war ja der, der die Stimmen geklaut hat. Und mir hat ein Schwein Hinweis gegeben irgendwo hier oben. Und das, äh, irritiert mich gerade. Ach, da ist ja was. Ach, da ist Cassandra. Ich war ja noch gar nie hingegangen. Stai weg von mir. Nicht zuhörer. Was hast du getan? Was hast du getan mit mir, du wäscherig Insect? Ich bin die König dieser Bege. You cannot come into my home and find the Abbotts. Stay away now. Don't you come closer to me now. The king, the king will have your head for this. Bracus Rex will not tolerate such treatment of his sister, his twin. Stay away, dear Herr. Stay away. Dream your dreams. D, 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 D. Miau. Ach, Aru ist da drin und ist gefangen. Im magischen Käfig. Aru, du bist ein Meister des Zauberns. Ist halt nur doof, dass du dich verstärkst und gar nichts machen kannst. Und so soll ein Lich aussehen? Ich bin mir nicht sicher. Aru hat auch 80.000 Aktionspunkte gespart. Versteckte sich noch selbst im Brand und stirbt. Erdegift. Alles andere kann sich ganz gut schützen vor. Ob du ein paar Freunde mitgebracht hast. Ich bin tief. Und ich werde nicht weg. Kruppel sie. Achso, in der Extended, also in der EE-Edition wurde der Kickstarter-Baum rausgenommen und ist nicht mehr interaktiv. Blizzard of Arrows! Hat er jetzt, hat er jetzt noch mehr Leichen beschworen? Muss man die Targo-Original-Version starten und schauen, ob du da drin stehst als Founder? Ich stehe definitiv als Founder drin, also vielleicht. Ich stehe mich nicht. Dynamik Force! Die Rath of Maxos charges men. Geht to the Frey once more. Meet your demise! I'm out! A veil of shadows! Nein, du stirbst noch nicht. Du bist nur versteinert. Jetzt bist du tot. Ich bin nicht schuldig. Der ist eine sehr gute Idee. Ich bin nicht schuldig. nämlich gedacht, dass die Beschwörung, bei der vielleicht mal alle sterben werden. Das ist noch ein Spiel, was ich wirklich aktiv supportet habe und auch mir noch bei Kickstarter, also wo ich die Kampagne unterstützt habe. Wie bei dem anderen Ding. Kingdenkamm Deliverance. War schon wieder eine Einhandwaffe, ne? Ritual zur Wiederherstellung einer Seelenverbindung. Bausatz für Bogen, Teil 3. Während Teil 1, obwohl es, ich habe doch Teil 2 und Teil 3. Teil 1 muss doch verbaut sein, weil der Bogen doch schon auf 1 steht. Hm. Ja, da sieht man alles an den Qualitäten. Da habe ich halt noch aktiv Geld gegeben. Feuerstab des alten Schädels. 20% Chance, versteinert hervorzurufen. Boah, plus 2 Stärke, plus 1 Zauberstab. SV야. 20% Chance, verstein es zu verwechseln. Krass Mikey. Da geht's weiter. сделать 2-й, wie überorno bleibt. Ja. Mh, plus 2 Schnelligkeit. Ne. Okay, 20% Wahrscheinlichkeit für eine Runde den Status betäubt hervorzurufen. Aber es ist halt weniger Schaden. Tja. Umso oller, umso doller. Umso oller, umso doller. Umso oller, umso doller. Es musste aber so sein. Umso oller, umso doller. Umso doller. Umso doller. Umso doller. Zur alten Kirche gehen. Nein, nicht mehr. Kein Wehrschaf. Ich weiß nicht, ob unten noch zusätzlich ein Portal war. Ach doch, muss gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Verfallene Hallen könnten es sein. Aber jetzt bin ich ja eh so gut wie da. Was? Ja, schön, du hast irgendwas gefunden. Ich sehe es aber nicht. Ach, da hinten links. Telyron. Randa. Tja, da war der Schlüssel für verantwortlich. Was bekommen wir? Eine Einhandwaffe. Hat es ja voll nicht gelohnt. Mh. Dann gehen wir ans Ende der Zeit mal. Wobei wir können ja die Seelenverbindung jetzt aufsplitten. Ja, da sind wir beide. Wie schön. Ich immer noch ein Publikum wenn ich eine von meinen History-Lessons gebe. Meine Freunde, ich sehe, dass du eine andere Starstone gefunden hast. Schön, gut von dir. Aber ich habe nicht genau so geflogen, weil ich denke, dass ich knappe herausgefunden habe, warum die Schmerzen so sehr verholt worden ist. Wenn Astarte ist die Gottes der Schmerzen, und die Vögel Was contained in her very garden Might it stand to reason That it was in fact The Void who turned Source Into such a dark And terrible power But the tapestry Has been re-woven Time has been Restored I must speculate no more And instead we must See what new shred Of our tale you've uncovered With the Guardians Distracted Astarte Lifted the lid of the god box What she saw Was nothingness Astarte had called forth The Void Dragon Whose sole purpose was to undo All creation Caught off guard and terrified The Guardians Sworn protectors Fled But Astarte stood firm She grabbed hold of the dragon And hurled it and herself Into the reaches of the Void Here she battled the dragon For all eternity For his deception The Trithe was cast out Of the first creation He fell to Rivelon A monstrous creature Unworthy of the realm Of the gods Since that terrible day Source has been tainted By the presence Of the Void A once beautiful power Has become corrupted And those attempting To wield it Often go mad In the process Well Aren't you going to leap through Who knows what one does We may have been tricked into allowing Astarte to open the godbox But we fled when faced with the Void once more Was für Feiglinge wir doch waren Lasst uns beten Dass wir noch Zeit haben Unsere Fehler rückgängig zu machen So bleiben wir unserem Charakter treu Rachsüchtig zu sein Oh diese ganzen Imps ey Kann ich sie nicht einfach an die Wächter verraten So sprechen wir über die Seelenverbindung zwischen euch und Leandra Ah ja stimmt Die Seelenverbindung wurde ja geschwächt zwischen denen Und nicht andersrum Das kennen wir alle schon Blablabla Der Orden hat eure Eltern umgebracht Und so weiter und so fort Aber die Quelle ist ja auch verdorben durch die Leere Und deshalb Können Werden Lernmagier Verrückt Ich hoffe es fehlt noch ein großer Fetzen Was muss ich mal Wo waren denn die